Zempin Zempin ist das kleinste Seebad Usedoms, aber mit Sicherheit einer der ursprünglichsten und interessantesten Orte der Insel. Das ehemalige Fischerdorf liegt an der schmalsten Stelle der Insel. Achterwasser und Ostsee sind hier nur wenige hundert Meter aus der Insel. Der Strand in Zempin ist, wie bei allen Orten der Usedomer Mitte, besonders weiß und bietet selbst in der Urlaubshochsaison beste Erholung. Wer gern aktiv ist, kann über naturbelassene Wege wandern, den Trimpfad nutzen oder die Natur über den Küstenradwanderweg, der direkt an unseren beiden Ferienanlagen entlang führt, erkunden. Die Ferienresidenz zur Ostsee liegt idyllisch hinter den Dünen nur 150 Meter von der Ostsee entfernt, direkt am Dünenwald von Zempin, wo man neben dem Rauschen der Bäume auch das Rauschen des Meeres hört. Das 2009 neu errichtete Apartmenthaus mit großen Sonnenbalkonen verfügt über ganzjährig nutzbare Feriendomizile für ein bis vier Personen. Die moderne und gemütliche Ausstattung der Zwei- und Dreiraumferien-Apartments vermitteln eine schöne Urlaubsatmosphäre und laden zum Wohlfühlen und Relaxen ein. Für Feierlichkeiten, gesellige Nachmittage und Abende steht in unserem Haus zur Ostsee ein gemütlicher Party- und Gemeinschaftsraum für bis zu 30 Personen zur Verfügung. Die Ferienresidenz Ostseepark Zempin ist im Jahr 2011 fertiggestellt worden und damit die jüngere Schwester der Ferienresidenz zur Ostsee. Die errichteten Ferien-Apartments befinden sich in vier Häusern auf einem 10.000 Quadratmeter großen Grundstück, welches am Ostsee-Radweg ebenfalls direkt hinter den Dünen liegt und sind ganzjährig für ein bis sechs Personen zu vermieten. Alle Ferien-Apartments haben eine moderne, individuelle, sehr gemütliche Ausstattung, die fast keine Wünsche offen lässt. Auch auf diesem Feriengrundstück, das besonders für Familien mit Kindern geeignet ist, befindet sich in die Landschaft eingebettet ein schöner Kinderspielplatz, an dem der gemeinschaftlich gemütliche Grillplatz der Ferienresidenz Ostseepark Zempin angrenzt. Hier lässt sich der Urlaub gemeinsam mit der Familie, den Freunden und Bekannten entspannt verbringen. Unvergesslicher Ostseeurlaub auf Usedom in unseren Ferienwohnungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.